Die Legende geht weiter hier bei A Link Between Worlds. Hallo Freunde, willkommen zurück. Unser Ziel mit 100% Ja das ist immer noch so, das ist so geil und hier ist der Mai Mai, oh mein oh mein Alle 100 wollen wir sammeln Tja, sagt ihr euch was? 100? Wenn ihr so recht zusammenzählt, kann man höchstens auf 50, wa? Tja, das seht ihr dann später noch. Lala Ich muss sagen, das macht echt Fun, das Spiel nochmal durchzuspielen Und diesmal auf 100% Das ist geil So, ähm ja, am letzten Part wollte ich eigentlich noch sagen, von wegen da, dass er gerne da irgendwie So Dass er gern irgendwie noch alle Dinger holen will, wa? Wo ist jetzt? Noch zwei Herzteilen und so, um alles komplett zu haben So Achso das hier Da sind wir Wasser, haben gar nicht gesehen Du, das nächste Mai Mai Du, du, du Unsere Herzteile, um dann alles komplett zu haben und die holen wir uns auch noch So, zumindest mal Theoretisch müsst ihr auf dem Weg liegen, wenn ich mich richtig erinnere Ich hab's ja nicht alle gesammelt Habt ihr ja im letzten Park gesehen, aber Ein paar weiss ich ja noch So Mai Mai ist bereits 13 glaube ich, umso besser Jetzt gehen wir Zum verbotenen Wald Es ist verboten Lalalalalala Und hier drin gibt's auch noch eins Bums Hm, ich frage mal bloß, wo genau Irgendwann ein Baumsturm, frage ich mir so eine Erinnerung Mal gucken, genau, hier kommen wir später Ist sowieso glaub noch Geld drin Weiten? Hm Mal in Trun aber gemerkt, ist sowieso nie ein Herzzal drin Daran sind sie sehr, sehr selten Meistens sind da eh Wie gesagt Nur Geld und spezielle Items drin Die Launnerven auch So, mein Maus Hat sie ein paar Hmhm, ja, ganz viel ist versteckt, teilweise auch hier unten Und hier muss ich auch noch drüber, ich hab doch Ja, natürlich hab ich einen Zup Was gab's denn hier schon wieder? Hihihi, Michael Hat sich Spass gemacht, wa? Hm Was war denn hier mit dem schon wieder? Hihihi Wir sind am Abenteuer Okay, hast du noch was in uns? Scheiben wir doch nicht, wa? Eigentlich dachte ich, was? Oh, du gehst schon? Ah, erzählen will er was Ja dann, bist du neugierig? Na ja Hm Äh, der alte Mann? Hihihi Der Sweeper-Song ist für Geheimnis hat Oh Hm Wann soll der eben den Mund halten, wenn man dem die bist? Ja komm schon, quatsch aus Okay Der hat auf dem ganzen Kakariko Er ist 80 Jahre alt, aber Er ist kein gewöhnlicher alter Mann Hihihi Von der Weile habe ich den alten dann in aller frühen Kakariko gemerkt Und gerade mal was er getan hat Huhn gespielt Ja genau, hat er so getan, als wäre er ein Huhn Und ist mit anderen Hühnern herumgetollt Oh mein Gott Das ist natürlich hier, das ist klar Kannst du auf einem Finger, liegst du jetzt mit einem Finger Das ist eine grosse Geheimnis zu erwerken Hm Zu gefährlich hier So ein Trottel, ey Du, 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 du. Oh, nette kleine Info, warte. So. Mal gucken. Raube, triffst du mich? Nö, Bums. Hier ist der Nächste. Mein, mein, sie ist unglaublich. Ihr seht sie hier. Drei Stück nur, alle im verbunden Wald. Ah, Äpfel. Äpfel sind doch lecker. Geht's eigentlich richtig weiter, oder? Betretende Bruten? Hm. Wo war das Herztaschen-Di-Do? Nö, hier war auch nix. Ah, verdammt mich, verdammt mich. Wo war denn hier das Herzteil im Wald? Was? Nur ein Zwack. 20 Kubinien. Wald ist klar. Und hier sonst. Also hier. Mann, das wollte ich doch nicht, Plums. Das war nicht geplant. Es tut mir leid, es tut mir ja so leid. Heid. Mann, was ist denn das für ein stärker Schwert hier, das Alte? Hm. So, bringt auch nix. Wo geht's denn hier eventuell noch hin? Nö. Und das? Aua, Mann. Dämmliche Raben. Ich hasse euch auch gegeneinander nach Norden. Hm. Und hier soll es irgendwo ein Herzteil haben? Crazy, crazy. Hey, willkommen in den Verlorenwäldern. Also das, der immer verspielt. Glaubst du, du kannst mir folgen? Sie genau hin. Oh, oh. Tja. Irgendwann, mu. Was? Wo geht da jetzt wohl hin? Tja. So, falsche Freunde. Tja, erzähl's mal, was passiert, wenn wir da falsch lang gehen. Dann kommen wir irgendwo, nirgendwo raus. Ich fang verloren, wäre dann okay, das ist alles. mal richtig. Ja, bei ihm ist es noch einfach. Nachher wird es schwieriger, aber sie hat bereits einen Geist weg, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Mein Kleingreist folgen, das geht noch. Wenn es mehrere werden, dann ist es ein bisschen doofer. Okay, so weit, so gut. Ja, hier zum Beispiel. Oh, das geschafft. Dann machen wir es diesmal also um uns beiden darfst du nicht folgen. Oh, zwar bereits nicht folgen, okay. Konzentration, ich habe es weiter verloren, toll. Ja, nach oben, wa? Jep, soweit richtig, alles klar. So, jetzt kommt die dritte Challenge, die letzte und die ist krass. Nanu, was hast du gut bekommen, weil du es leicht gemacht hast. Uns trein darfst du nicht folgen. Hä, glaubst du findest den richtigen Weg? Ach du scheiss, bei drein, hey. Ja, ist klar. Hm. Krass, war so. Im Prinzip habe ich das Gefühl, einer ging da lang, einer da und einer da. Äh, Fragezeichen? Tja, zurück. Tja, und es war richtig, hey. Alter, dass es erst mal hier war. Ich dachte, ich kriege, ich kriege Vögel. Ich kriege eine Meise. Ich dachte, es geht nicht. Tja, und jetzt, Freunde, wir sind da. Die Legende lebt. Ein weiteres Mal. Du hast das Masterschwert erhalten. Bei vollem Herzen sendest du Steuern, einen Tag hinaus. In Skyward Sword. Juhu. So, ich fahre es alle, alles klar. Oh, Michael, Michael. Das Schwert, das ein Hennen hält, ist das legendäre Schwert. Durch die Kraft dieses Schwertes kannst du die Barriere im Schloss Hyrule aufheben. Und so viel Zeit davon bittet, Red Zelda. Naja. Yeah. Tja, und der Schwert des Hauptabmannes, wo ist denn das Sinn? Ist weg. Wir haben das Masterschwert. Geil. Das legendäre Schwert, das legendäre Schwert. Du, 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 du. So, ich hab noch das Herzteil haben. Wo warten wir das jetzt? Ich hab wenigstens zugenäht. Äh, okay, das geht hier. Irgendwie das Gefühl, ich musste irgendwie... Du Arsch. Hm. Hab ich irgendwo so einen Reservor durchgefallen? Nicht, wa? Dort war auch nix. Da waren wir bereits... Ah, doch hier momentan ganz kurz. Und hier ist es, Freunde, das Herzteil. So, eins fehlt noch. Äh, das könnte bei Schloss Hyrule gewesen sein, wenn ich es nicht bereits geholt habe. Ich glaube, es wäre weniger, aber wir gucken mal kurz nach, wa? Ah, genau, stimmt. Die hättet ihr alle wegnehmen müssen, damit ich da... Na ja. Dann habe ich da von Rosso noch ein bisschen Kohle bekommen. Du, du, du. Irgendwo hier drunter ist glaube ich noch ein Mai Mai. Ist das hier? Das ist es, meine Fresse. Die ganzen Mai Mai sammeln. Das ist ne gute Idee, wenn es momentan noch nichts bringt. Das geht erst später. Da, 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 da. Die Mucke ist gar ein Heil. Ja, war auch schon. Ein Herzner, Freunde. Ein Herzteil. Wo war denn das bloß? Irgendwo, irgendwo, irgendwo war's. Die Frage war bloß wo. Du, 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 du. Wie ging es denn dort weiter, wa? Da ist auch noch hin etwas. Keine Ahnung was. Hm. Crazy, crazy. Wo finde ich jetzt noch einen Herzteil? Wie komme ich da zum Mai Mai hoch? Wie komme ich da hoch? Ah, da muss ich auf die Höhe, okay. Das geht erst. Sobald wir dort den grossen Felsen wegkriegen, das kann noch da hauern. Du, 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 du. Das geht ja später. Lalalala. Die Friedhoff noch eins? Ne, ich glaube nicht, wa? Egal. Du, 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 du. Wir gehen zum Schloss Haimul. Neben, Bums. Du, 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 da, da, da. Hier oben? Hier oben noch eine Höhle, da war ich schon drin. Ich weiss noch nicht. Ach so, das war die Muri... Ah ja genau, die Rubinjagd. Ach du Scheiss. Ne, wir wollen das noch nicht mehr. Es gibt hier überall verteilen ein bisschen so Räume, wo man halt Rubinen, beziehungsweise das meiste sowieso noch etwa 100 oder 300 Rubinen. Ganz ehrlich, wir finden auf der Welt so viele Rubinen. Das kann ja auch nötig. Boom. Apfel, geil. Du, 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 du. Auch nix. Dann können wir theoretisch mal die dritte Flasche holen. Die dritte Flasche, du, du. Die dritte Flasche, die war in der Nähe von unserem Zuhause. Unglaublich, aber wahr. So, das Herzteil. Wenn dann war es irgendwo hier oben. Hm. Die andere Seite. Ganz kurz. Und... Okay, vielleicht auch andere Seite. Egal. Die Flasche holen. Die Flasche. Die Flasche, Flasche, Flasche. Lass mich in Ruhe. Kannst du vorhören für das Monster Schwert? Für keine Zeit. Nö. Später. Hm. Wo war das jetzt gerade mit der Flasche? Okay, hier ist unser Haus. Das stimmt soweit. Eine Flasche können wir kaufen. Eine haben wir am Fluss gefunden. Und die dritte, finden wir, müsste ziemlich genau... Hm. Kann ich ein bisschen vergrössern. Ja, vielleicht muss ziemlich weit schwimmen dazu. Müsste aber klappen. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. So, komm schon, Link. Ein bisschen. Ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Schnell. Den Zugrass aus dem Weg. Den Bösen. Obwohl die Königin gesagt hat, sein wieder friedlich. Oh, hm. Achso, hier ist noch eins. Ei, mei, mei. Tja, nicht nur das. Hier unten wird auch die dritte Flasche. Verrückt, wa? Was für ein Ort einer Flasche. Hm, was soll das denn? Ich kann mich alles nicht mit den Vögeln unterhalten. Ja, wo geht's witzig ab? Tja, 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 tja. Was für ein Vögel? Klar, Mann. Achso. Also ich... Also ich... Ich kann immerzu dabei zuschauen, wie sie unbeschädte Lüfter fliegen. Geil, wa? Am liebsten würde ich mich selbst an einem Fliegen versuchen. Nimm flieg davon! Hast du noch etwas? Äh, nö. Hm. So, komm schon. Du bist 600 Weiten hergekommen und es gibt nichts, was du hier willst. Doch. Du hast hier diese Flasche angespielt. Ah. Komm schon, komm schon. Gib sie mir. Gib mir die Flasche, Mann. Geht doch. Tja. Ah, tut uns in dem Tal, jetzt geht gar nicht. Wollen wir mal ganz kurz freuen. Das machen wir mal ein bisschen anders. So, alle Gehenstellen von Ravio hier hin. Ähm, machen wir das so. Einer fehlt noch hier unten. Okay. Kein Problem. Äh, die Flaschen dort sind richtig. Dann nehme ich den mal da runter. Und den dort hin und den dort. So. Genau. Hier gibt es noch zwei Flaschen insgesamt. Hier gibt es... Weiss ich gar nicht mehr. Und was hier war, weiss ich auch nicht mehr. Huh? Achso, doch. Das heißt dann kriegen wir erst ganz am Schluss, was das war. Äh, pf. Keine Ahnung mehr. Keine Ahnung, ich hab echt drüber fragt. Tja. Das kann's geben, wa? Huhuhu. Michael mal überfragt. Jetzt können wir so ein bisschen reinloh. Ja, da kommt schon dein Haus. Was ist da da? Der Schloss Haivu. Ich müsste auch noch einen Porta geben. Beziehungsweise eine Vogelstatue. Da, 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 da. Hm. Mal ja 20 haben. Wird's cooler. Na gut, bis dahin. Ja, doch. Bis dahin wird sie, glaube ich, bereits die Option bei Rabio freigeschaltet haben. Oder Kumpel, wie sieht's aus? Komm gleich nachher, kurz an neue Karten. Was? Mit jetzt schon? Man könnte sie kaufen, genau. Man könnte sie kaufen, genau. Oder man sagt, das ist mir gerade eine Rabattaktion, genau. Ähm, Leute, ganz kurz, noch eine kurze Info. Ähm, Rabatte, so, genau. Es ist ja so, dass jetzt ein Gegenstand, ihr könnt alle kaufen. Aber einen kriegt ihr jetzt, den ersten kriegt ihr jetzt umsonst. Äh, umsonst. Quatsch, um die Hälfte reduziert natürlich. Ja, natürlich. Ich würde euch empfehlen, entweder den hier zu nehmen, den Eistab oder den Feuerstab. Weil die sind am teuersten natürlich, deswegen auch am Essen zu empfehlen. Äh, vom Tempel her, was mache ich eigentlich als nächstes so? Ähm. Den mache ich erst oben wieder. Okay, mach mal den hier. Eistab. Jep, dann die Hälfte. 600, das ist gut. Ja, kaufen. Eistab. So. Witzel-Ravio. Ja. Ist klar. Nämlich, wenn wir kaufen könnten, würde ich mal meinen die Pfeile. Pfeile und Bogen, weil die schiessen nachher drei ab. Achso, ne, warte mal. Das war ja ganz erst später. Egal. Trotzdem, Pfeile und Bogen haben wir immer gebraucht. Juuu. Vielen Dank, Mann. Ja, das mit drei Nutzung gibt es jetzt beim Upgrade dann. Hm. Etwas, was noch habe ich weiss. Ja, okay. Das zählt trotzdem. Die Schneenauswahl. Geil. Mhm. Okay. Ich weiss nicht, wie im Scherz jemand erzählt ist. Ich würde lieber weiter in aller Ruhe die Ausrüstung ändern. Dann fände ich einfach wie bisher das Itemmenü. Ja, also im Prinzip geht es nicht darum. Ich kann jetzt hier, ähm. Äh. Oder? So. Wollen wir ganz kurz, wenn wir jetzt so machen. Auf X, Y, wenn ich jetzt Y drücke. Hm. Ist doch ein bisschen anders, oder wie? Ah, so. Jetzt eben. Einfach kurz draufklicken und dann könnte ich hier schnell mal Auswahlmenü, tschu tschu tschu, alle Items durchgehen. Muss ich ehrlich zugeben, benutze ich eigentlich selten von dem her. Aber, hm. Ist eine coole Idee. Ich brauche eigentlich bald mal Pfeile, wa? Keine Schaden. Ah, genau. Tornadostab fehlten noch. Äh. Na, du hattest Handstab von, vom Typen. Von dem, der sie ausgelehnt hat, nicht mehr zurückgebracht hat. Was mal so war, weil das kann man eigentlich auch als Waffe verwenden. Der Cashier hat es empfangen. Naja. So. Jetzt passt's. Du du du. Ist nochmal einer. Wo ist denn der jetzt? Ah, hier. 29. Ach ja, die ganzen kleine Mai-Mais. Jetzt auch noch einer, der müsste hier unten versteckt sein, oder? Komm schon. Ich sag's ja. Du 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 du. So. Freunde, es geht los. Uuums. Tja, was das da ist im Arsch. Gut mach, Michael. Schon weiss, dass der hat starke Beine. Der siegen konnte es. Geil, Mann. Ja. Wache Vergangen. Du 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 du. Jetzt auf zu Zelda. Und dann obere die 100%. Das machen wir. Aber jetzt müssen wir noch ein Herz da haben. Können die auch alle du du? Alle Yugas-Männer. Ist das hier irgendwo? Hm. Das ist wohl doch schon, oder? Verdammt. Ich kann noch ein Herzteil haben. Worte reingehen. Kann doch nicht so schwierig sein. Hm, hm. Ein Herzteil, worte reingehen. Das müsste doch möglich sein. Du 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 du. Auch irgendwann habe ich schnell noch ein Herzteil. Natürlich habe ich noch keine Liste gemacht vorhin. Da ist er super. Hm. Ein spontanes Herz in der Höhle wäre etwas. Die Frage bloß. Oh. Ach, hier unten, wa? Verdammt. Muss einfach einfacher gehen. Ah, hier ist noch einer. Cool. Da wird das Mai Mai. Geil. Gab es hier oben noch eins? Moment mal. Ah. Hier ist noch eins, Freunde. Ja, Mann. Geil. So. Können wir auch. Mein Herzcontainer, oder? Jeb. So. Aufmerkschloss. Heilwoll. Du du du. Entschuldigt bitte die Verzögerung. Doch, es geht weiter. Und wir werden Yuga so schön behaschen. Und ihm voll in die Schnauze treten. So, was geht da, wa? Wollt ihr eine Fasse haben? Hm. Ja, stand auf der Weise gibt es keine, wa? Wow. Da spricht natürlich auch keine. Mai Mai. Oh, Mai Mai. Wir haben hier reingenommen. Hm. 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 Vielleicht doch. Tatsache. Hereinspaziert. Und da sind wir. Ach du weiss. Oh, Mann. Versteck ich hier gar nicht. Wieso geht das hier nicht? Du 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 du. Oh, an der Wand ist wieder voll. Oh, die ganzen einheimischen High-Wool-Soldaten. Oh Mann, ist das krass. Du du. Ah. Wir bringen hier einen kurzen Ausflug, hier, wa? Das ist doch krass, das ist doch krass. Ah, aufmachen. Lulululu. Yuga, ich will dir von hinten hin treten. So, dankeschön. Dann geht es weiter und hier gibt es auch nichts. Hä? Verarschen? Okay, Freunde. Wir werden sehen, ob unser Tempel hier Hyrule Schloss verarschen will oder eben doch nicht. Aber das sehen wir dann erst im nächsten Part bei A Link Between Worlds. Mit bereits... Wie viele haben wir eigentlich bereits? Moment kurz, drei, sechs, sieben, acht, wa? Naja, eigentlich gerade viel, aber es kommt noch ein paar dazu. Keine Sorgen. Es werden noch viel mehr werden. Mann, ich bin Herzteil. Mann, Herz ist ja schon. Herz mit Schmerz. Auch nix. Napfel vielleicht, komm schon. Das ist doch Doofhof. Ja. Und es bleibt doof, Alter. Gut, Freunde, bis zum nächsten Mal bei A Link Between Worlds. Wir gehen hier rein und gucken mal, wo unser Selten eigentlich versteckt. Bis zum nächsten Mal. Tschau zäme.